Herzlich Willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Heute geht es ums Channeln, also dranbleiben. Ich bin Oliver Erreni, Mediale Energetik aus dem wunderschönen Linz und das heutige Video wurde inspiriert von einer Frage von Daniela. Also erstmal danke an die Daniela. Ich habe ja bei der letzten Folge, bei der Jubiläumsepisode dazu aufgerufen, neue Themen einfach vorzuschlagen oder worüber du ein Video sehen möchtest. Und die Daniela hat eben da gefragt, wie kann man sich beim Channeln gut schützen und was sind gute Arten, um zu channeln. Das ist ein super Thema und ich möchte da auch gleich mal drauf eingehen. Grundsätzlich, wenn du noch nie was von Channeln gehört hast, die Idee des Channels ist ja, also Channel ist ja aus dem Englischen und heißt so viel wie Kanal, wie der Kanal am Fernsehgerät, dass man quasi einen gewissen Kanal einschalten kann, sich einstellen kann. Ähnlich wie bei einem Radio- oder einem Fernsehsender, wo ich sage, ich schalte jetzt diese Sendung ein und empfange dann zum Beispiel klassische Musik oder Rockmusik oder Hip-Hop. Also da kann ich verschiedene Sender einstellen. Und genau so, sagt man, kann man eben auch Channeln, nämlich Sender einstellen in die feinstofflichen Ebenen. Naja, und das ist jetzt natürlich immer so ein Thema, denn sobald ich ins Feinstoffliche gehe, und das erwähne ich ja auch immer wieder, geht es ja darum, dass ich zuerst gut geerdet bin. Das heißt, zuerst einmal mit meiner Realität, mit dem Leben gut klarkomme, mit meinem Kontostand, mit meinem sozialen Leben, dass meine Wohnung sauber ist, jetzt ganz vereinfacht mal ausgedrückt. Und das heißt, dann ist es okay, dass ich sage, okay, ich channele mal. Und sobald das Channeln dann so als Weltenflucht betrieben wird, also ich habe das Gefühl, ich komme mit meiner, keine Ahnung, mit meinem Konto nicht klar und channele jetzt, was kann ich tun, dann setze ich da auf einer Ebene an, die vielleicht jetzt nicht so ideal ist, um da direkt einmal zu beginnen. Also Grundlage fürs Channeln, und das soll auch schon ein bisschen die Frage beantworten, Daniela, ist natürlich eine gute Erdung. Das ist einmal der beste Schutz. Wenn man jetzt allerdings davon ausgeht und sagt, okay, es gibt womöglich etwas Negatives, ich kann mich mit irgendetwas verbinden, das mich da negativ beeinflusst, dann ist das natürlich eine Anschauung, so ein Weltbild, von dem ich generell abrate. Denn sobald du sagst, es gibt das Gute und das Böse, das Helle und das Dunkle, das heißt, man denkt dual, dann ist das schwierig, das ins Unsichtbare, ins Channeln reinzulegen. Warum? Weil meines Erachtens nach das Channeln nach innen gehen soll, das heißt, es geht ja eher in die Einheit rein und nicht in die Dualität. Wenn ich also sage, ich channele damit etwas Negativem, dann kann ich schon einmal davon ausgehen, dass ich eher so meine dualen Bilder, das Ich und das Nicht-Ich, das Gute und das Böse, eigentlich in die unsichtbare Welt reinprojiziere und mich dann da ganz schwer orientieren kann. Natürlich wird das ganz oft so gelehrt, dass man sagt, ja Achtung, da gibt es Fop-Geister, mit denen du dich verbinden kannst. Aber grundsätzlich, so wie ich es auch unterrichte, schon seit Jahren unterrichte und wo ich die besten Erfahrungen damit gemacht habe, ist erstens einmal, hab keine Angst, es gibt nichts, mit dem du nicht umgehen könntest. Und es hängt natürlich auch so ein bisschen von deiner Erwartung ab, wo du da jetzt hingehst und was du erwartest beim Channeln. Also check auch ganz klar so deine Erwartungen, denn wenn man da beginnt zu sagen, ich channele jetzt mit Erzengeln oder ich channele mit aufgestiegenen Meistern, dann ist das so ein gewisses Bild und da hat man gewisse Meinungen schon abgespeichert oder ich channele mit dem Licht und dann gibt es irgendwo das Dunkle. Und da sollte man einfach an der eigenen Vorstellungsschraube drehen und einfach mal so diesen Energiefluss wahrnehmen. Ich werde dann auch noch in weiteren Videos ein bisschen auf diesen Energiefluss eingehen, vor allem auch wenn es um die Selbstliebe und so geht. Aber wichtig ist jetzt nur mal, dass man sich das mal klar macht. Also es gibt nichts Negatives, es gibt nichts Böses, es gibt nichts, vor dem ich mich schützen müsste. Das wäre eine gute Grundeinstellung. Und dann ist natürlich die Qualität der Fragen auch nochmal entscheidend und trägt auch nochmal dazu bei, dass du dich selber nicht verläufst und dich selber nicht verwirrst. Eine gute Frage ist eben eine Frage, die dich in deine Klarheit bringt und nicht weg von deinem eigenen Willen. Der freie Wille ist so ganz wichtig, der sollte niemals eingeschränkt werden und der wird auch von der geistigen Welt, soweit ich das erfahren habe, nie eingeschränkt. Das heißt, wenn dir ein Schutzengel sagt, mach das nicht oder tu das nicht, dann sind das solche Aussagen, die eigentlich gegen den freien Willen sind. Und dann wären wir ja eigentlich blöd, wenn uns der Engel die ganze Zeit sagt, geh jetzt links, geh jetzt rechts, mach das, heirate den oder heirate den nicht. Also wenn man so etwas erhofft zu erchanneln, dann drückt das meistens eine innere Unsicherheit aus und wir würden dann eigentlich gelenkt werden. Also wenn man sich das mal vorstellt, es soll natürlich nicht vom freien Willen weggehen, die ganze Geschichte. Also keine Fragen, die dir eine Entscheidung abnehmen oder die dich von deinem freien Willen, deiner Selbstbestimmung wegbringen. Ich werde dann auch im nächsten Video mal darauf eingehen, wie das ist mit Verstorbenen zu channeln und wie sich so etwas auch manifestieren kann. Und da werde ich dann noch einmal so ein bisschen darauf reingehen, auch mit einem Fall, konkreten Fall, sogar mit Fotomaterial eines unter Anführungszeichen Geistes, also nächste Woche einschalten, wo es dann eigentlich darum geht, wie gehe ich mit Verstorbenen bzw. mit diesen Energien um und wie kann ich die dann noch empfangen. Aber zum Thema Schutz, gut geerdet, eine klare Fragenstellung, die dir nicht deinen freien Willen nimmt und ein Weltbild, ein inneres Bild, wo ich sage, es gibt nur ein Licht und es gibt nicht den Schatten. Sobald ich Schatten habe, bin ich schon nicht mehr ganz in der Mitte. So einfach ist das. Und es ist alles nur Energie. Am Ende des Tages, du kannst dich hier erden, du kannst am Leben teilnehmen, du kannst dich hier richtig eingraben in diese Materie und das ist auch nochmal Schutz. Materie ist ja auch Schutz. Man soll nicht glauben, dass das das Ende von allem ist, also die Weisheit von allem, alles zu haben und anzuhäufen. Aber letzten Endes bietet dieser Körper, dieses Dasein auch den besten Schutz, weil ich anfangen kann, mich über diesen hier zu definieren auch und dann mal eine Basis habe, wo ich sage, da kommt alles wieder zurück. Das ist so ein Bild, das ich beim Channel noch verwende, jetzt zum Abschluss. Wenn ich mich verbinde und ich arbeite jetzt nicht mit Trance, weil die Frage nach Trance gekommen ist, da kenne ich mich nicht so aus. Ich mache das mit einer Tiefenentspannung. Aber wenn ich jetzt in dieser ganz tiefen Entspannung bin und channele und ich komme wieder zurück, dann schaue ich immer, ich nenne das meinen Kleidercheck. Das heißt, ich schaue, ob ich jedes Gewand anhabe, was ich angehabt habe, bevor ich zu channeln begonnen habe. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber das ist für mich so ein Symbol für meine Anteile. Habe ich das T-Shirt an, habe ich die Unterhose an, die Hose, die Socken, was auch immer ich da trage, habe ich das alles da bei mir und das ist für mich so ein Zeichen, wenn ich diesen Check mache. Okay, ich bin wieder gut geerdet, ich habe keine Türen offen und ich bin wieder ganz klar bei mir. Ja, danke Daniela für die Frage. Ich hoffe, sie wurde beantwortet. Wenn du Themen hast für ein Video, eine Frage hast, mache ich gern mal, was drüber ist, kein Thema. Schreib es mir einfach in die Kommentare, abonniere den Kanal, teile das Video, lass mir einen Daumen hoch da und du hilfst damit, der Community zu wachsen und gibst mir auch die Möglichkeit, dass ich mehr solcher Videos bereitstellen kann. Ich bin Oliver Erini aus dem wunderschönen Linz, habe eine gute Zeit und bis nächstes Mal.